Tausende Menschen werden von Krieg und Hunger aus ihrer Heimat vertrieben. Aber auch bei uns finden sie keinen Frieden. Das reiche Europa lässt sie im Elend vegetieren. Wir machen da nicht mit. Wir schenken ein Zuhause. Wir schenken Menschlichkeit. Seit 2015 gibt es inzwischen das Flüchtlingslager in Moria, wo Menschen in ganz schlimme Zustände hausen müssen. Second Life Regensburg hat jetzt die Initiative gefasst, 50 von diesen Personen nach Regensburg zu holen. Einen sicheren Hafen zu schaffen für diese Menschen, die Schlimmes erlebt haben in ihrer Zeit. Regensburg ist eine sehr kulturelle Stadt. Wir als Musiker wissen, dass Kultur immer von anderen Kulturen beeinflusst wird. Wichtig ist, dass man einen Austausch hat. Deswegen kommen wir guten Gewissenssong in Regensburg Fight Wars. Wir schenken Menschlichkeit. Helfen Sie uns. Werden Sie Pate. Spenden Sie für SpaceEye. Jeder kann helfen. Jeder. Jedem.